Wie schaffst du es eigentlich als Chef, dich mehr aus dem Unternehmen rauszuziehen und mehr Zeit zu haben? Das ist eine Frage, die sich wahrscheinlich fast jeder Handwerker oder Inhaber von Handwerksunternehmen oder auch Fachfirmen irgendwie stellt. Und wir wollen heute mal dir die Schritte mitgeben, die dafür notwendig sind, dich rauszuziehen. Und auch denen einen Spezialtipp, der dafür sorgt, dass du halt letzten Endes direkt ohne irgendwelche großen Vorbereitungen direkt wahrscheinlich 30% mehr Zeit hast. So, willkommen jetzt im Video. Ich bin Alex, wie immer. Und das ist Marvin. Jo, hoi. Der ist auch immer am Start. Oder fast immer. Und wir wollen ja heute mal über das Thema, wie zieht man sich eigentlich rauszusprechen. Also, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass du, also wir als Geschäftsführer bei der A&M sind halt aus dem Tagesgeschäft, ich sag mal, zu 90% raus. Wir machen halt sehr viele strategische Themen. Ich gehe nicht davon aus, dass das jetzt dein Ziel direkt ist, sondern dass du erstmal einfach sagst, ich möchte überhaupt mal ein bisschen Zeit haben. Weil aktuell bin ich der Feuerwehrmann, der von A nach B rennt, für gar nichts Zeit hat, irgendwie überall die wichtigste Person ist. Und das ist natürlich eine Situation, die nicht besonders schön ist, die man langfristig auch gesundheitlich natürlich spürt, die auch die Familie spürt. Und da wollen wir jetzt genau mal gegen vorgehen und dir mal ein paar Ideen an die Hand geben. Ja, Marvin, ich würde sagen, wir fangen mal an mit der ersten ganz einfachen Sache. Frag dich mal, ob die Dinge, die du machst, wirklich mit deiner Wertschöpfung zu tun haben. Wir haben ganz oft die Situation, das ist eine der Hauptthemen, wo du wirklich mega viel Zeit sparen kannst, ganz oft die Situation, dass Leute im Unternehmen Dinge machen, für die sie eigentlich gar nicht bezahlt werden. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Machst du dein Marketing selbst? Machst du Teile deines Marketing selbst? Überlegst du dir selbst deine Werbekampagnen? Gut, das kann man vielleicht noch machen. Aber kümmerst du dich selbst darum, woher du Mitarbeiter bekommst? Das sind alles Themen. Du bist kein Headhunter. Du bist kein Recruiter. Du bist kein Marketer. Du bist Fachfirmeninhaber. Du bist Handwerker vielleicht auch. Das heißt, du solltest alle deine Tätigkeiten noch wirklich auf dein Kerngeschäft fokussieren. Bei uns zum Beispiel auch so, bei dir wahrscheinlich auch, wir haben Steuerberater, weil wir die Steuern nicht selber machen. Wir haben den Anwalt, weil wir AGBs etc. Verträge nicht selber schreiben. Und das ist so ein Hauptthema, wo wir Leute wirklich viel Zeit verbringen. Dinge, die eigentlich gar nichts mit dem Geschäft zu tun haben. Ja, also da solltest du dich halt darauf fokussieren, dass du wirklich nur deine, wie du eben schon gesagt hast, deine Wertschöpfungskette sozusagen auch in deinem Spezialfeld halt behältst. Da, wo du Zulieferer haben kannst, die hast du für deine Produkte, aber die solltest du auch in den anderen Bereichen haben, wo du dich zeitlich ablenkst. Aber ich würde nochmal einen Schritt vorweg greifen. Und zwar als Geschäftsführer musst du dir auch erstmal klar machen, wofür wendest du eigentlich gerade Zeit auf. Ja, da hast du einfach eine wichtige Übung auch, dass du dir einfach mal bewusst machst, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Was sind das für Aufgaben? Und dadurch wird dir schon, also dass du dir das Ganze einfach mal aufschreibst, welche Aufgaben mache ich eigentlich den ganzen Tag? Und dann dir anschaust, okay, sind das eigentlich Themen, mit denen ich mich beschäftigen muss als Geschäftsführer? Oder sind das Dinge, wo mich auch jemand einfach unterstützen kann, wo eigentlich gar nicht meine eigene Expektive gefragt ist? Ja, genau. Und da kommen wir nämlich, also das, was Marvin jetzt gesagt hat, ist genau die Übung, mit der du rausfindest. Was sind das überhaupt für Themen, die ich aktuell neben meinem Tagesgeschäft mache? Dass ich gesagt habe, ist dann quasi die Konsequenz zu sagen, ich nehme jetzt diese ganzen Themen, die nicht wertschöpflich sind und gebe sie ab. Ich suche mir halt eine Marketingagentur, die das ganze Thema macht. Ich suche mir einen Steuerberater, wenn ich meine Steuern noch selber mache. Ich suche mir halt jemanden, der meinen HR macht, der mein Personalwesen macht. Ich suche mir halt jemanden, der im Endeffekt sich kümmert, dass zum Beispiel meine Website hübsch aussieht. Also diese ganzen Themen solltest du halt möglichst schnell abgeben, weil die bringen dir faktisch nicht wirklich Geld. Ja, und das müssen sich halt die meisten Leute erstmal bewusst machen und sich klar darüber werden, okay, womit verbringe ich eigentlich den ganzen Tag Zeit? Und da ist es eben sehr, sehr hilfreich, sich das einfach mal aufzuschreiben und dann im Nachgang anzuschauen, okay, was mache ich eigentlich den ganzen Tag? Ja, genau. Wenn du das gemacht hast, dann wirst du viele Dinge sehen. Da hast du dann natürlich eine Teilmöglichkeit zu sagen, ich gebe Dinge ab. Dann wirst du aber auch viele Aufgaben haben, wo du sagst, nee, warte mal, die sind meine Kernkompetenz. Jetzt kommt da der Monteur rein und sagt, ey, bei uns ist Silikon alle. Wo kriegen wir neues Silikon her? Dann kommt eben der andere Monteur rein oder ruft dich an und sagt, hey, wie ist denn das hier bei dem Kunden eigentlich gewesen? Sollen wir da die Sachen mal mitmontieren oder machen wir das dann später? Das sind alles Entscheidungen, die du treffen musst. Und die Frage, die du dir dann in der Stelle immer stellen kannst, um mehr Zeit zu gewinnen, ist, wie kann ich dafür sorgen, dass der Mitarbeiter die Antwort, die ich ihm gebe, eigentlich selber schon gefunden hätte? Wie kann ich dafür sorgen, dass der Mitarbeiter die Frage an sich gar nicht mehr stellen muss? Und wenn du das schaffst, im ganzen Unternehmen zu bewerkstelligen, also wenn du es schaffst, dass die Mitarbeiter eben bestimmte Fragen gar nicht mehr stellen müssen, bestimmte Dinge gar nicht mehr machen müssen, dann bist du plötzlich an dem Punkt, wo du plötzlich sehr viel Zeit hast. Weil zum einen verbringst du nur noch mit den Kerntätigkeiten Zeit, zum anderen spielst du aber nicht mal Feuerwehrmann. Also wirklich immer diese Kernfrage, die du dir stellen musst. Da gibt es dann ganz viele Möglichkeiten mit Tools, Checklists etc., was man machen kann. Aber generell erst mal fragen, was muss der Mitarbeiter zu dem Zeitpunkt wissen, damit er nicht zu mir rennt? Warum rennt er gerade zu mir? Und diese Frage einfach mal zu stellen, die macht dir auch bewusst, wo sind denn gerade die Schwächen im Unternehmen? Ja. Das merkt man sonst ja gar nicht. Und wir haben jetzt da zum Ende des Videos noch einen Hack, der dafür sorgt, dass du sofort 30% wahrscheinlich Zeit sparst. Und das ist der Hack, wirklich dir eine Assistenzkraft zu suchen. Wenn du schon Backoffice hast, dann nimm davon jemanden. Und diese Assistenzkraft hat die Aufgabe, alles, damit wir wirklich alles, was jetzt nicht direkt Wert schaffen, das erstmal für dich zu übernehmen. Das ist nicht das Marketing natürlich, logisch. Aber wenn es zum Beispiel darum geht, eine Rechnung zu prüfen, eine Rechnung zu erstellen, ein Angebot zu erstellen, dann schaffst du dafür erstmal eine einfache Anleitung, dass ich das machen kann. Und dann übergibst du das instant. Und dann wirst du feststellen, du hast, also direkt, dann hast du von deinen Zeitinvestment, wo du aktuell 8 Stunden am Tag beschäftigt bist, sind dann locker mal 4 Stunden an solchen Aufgaben. Oder Kundensupport machen. Kunden zurückrufen und so. Ganz viele von diesen Themen, nicht alles, aber ganz viele davon kann man abgeben. Und wenn du das wirklich mal machst, dann wirst du feststellen, du hast plötzlich viel mehr Zeit, 30% mehr Zeit. Die wird es nicht so gut machen wie du, die macht so 90%, 95% so gut, das ist normal. Aber du musst halt auch mit dem kleinen Qualitätsverlust leben. Das ist übrigens auch noch so ein Ding, was du verstehen musst. Es wird immer so sein, dass du, wenn du es nicht mehr selber machst, immer die Qualität etwas leitet. Ein kleines Stückchen. Aber du wirst niemals wachsen können ansonsten. Und du wirst dich selber halt in den Ruinen treiben, was für deine Kunden halt auch nicht besonders gut ist. Also in gesundheitlichen Ruinen. Finanziell sieht es vielleicht trotzdem gut aus. Und das hilft deinen Kunden auch nicht weiter. Dann hab lieber nur 25% von dem, was möglich ist und stell noch eine 20. Person mehr ein, damit du auf die gleichen 100% kommst. Dann sieht es auf jeden Fall besser aus, als wenn du es so weitermachst und halt am Ende irgendwie irgendwas Burnout-mäßiges bekommst. Ja. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall, dass du bis zum Ende dabei warst bei dem Video. Wenn dir das Ganze gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da. Und damit du keine Videos verpasst, gib auf jeden Fall dem Kanal ein Abo. Und wir sprechen uns im nächsten Video dann wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.